Hey Freunde, herzlich willkommen zurück zur Anschluss 3 Karriere mit Fortuna aktuell. Wir gehen jetzt natürlich wieder direkt weiter rein. Wir sind jetzt in der dritten Woche und ich habe ja beim letzten Mal glaube ich schon eingestellt, genau, dass wir jetzt wieder hart trainieren werden. Die Form entwickelt sich so ein bisschen. Wir haben jetzt aktuell noch keine Termine. Das heißt, wir werden das Ganze natürlich wieder mit unseren wichtigen Spielern, vor allem die Sechser müssen natürlich, oh wir haben zwei Sechser-Innenverteidiger, dann Kegel ist auch hier, ja, vielleicht sollte, ja, Freistoß-Spezialisten-Sturm, ja, mal gucken, was wir so alles erreichen können in dieser saisonmedizinischen Abteilung. Alle sind gesund. Stadion, ja, brauchen wir nichts machen. Wir haben aktuell auch minus 900.000. Alter, es wird Zeit, dass die Saison startet. Ich weiß gar nicht warum, was ist denn hier so? Ah, Stadion und Vereinsgelände war es, ne? Ach ja, wir haben ja den Fanshop und so weiter gebaut. Hier sieht man, ja, Verlust 850.000 bei kalkulierte Kosten, also tatsächliche Kosten bei Erweiterung Vereinsgelände. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof gelaufen, habe ich gar nicht dran gedacht. Wir gehen rein in die nächste Woche. Wir führen hier wieder, ich habe eure Kommentare noch nicht gelesen, weil ich hier jetzt relativ am selben Tag wie die erste Folge das Ding hier aufnehme. Also ich hoffe natürlich, dass da ein paar ordentlich nette, brauchbare Tipps dabei sind, was Training und so weiter angeht oder auch hier diese Einzelgespräche. Meine Kondition steigt ins Unermessliche, allerdings ist die Frische ganz gefährlich tief abgesunken. Aber das kenne ich schon. Haben wir irgendwelche Spieler, die wir leihen können? Ne, aktuell... Krisenschnaps, habe ich den aktiviert? Da muss ich ja mal eben reinschauen. Habe ich den Fanartikel? Ich habe doch gar kein... Hä? Ich habe doch beides aus. Also Einkaufsleiter und Marketing-Spezialist ist aus. Warum schlägt er mir dann einen neuen Werbeartikel vor? Na gut, wir haben... Auf Lager haben wir überall noch, auch Schals. Ja, okay. Äh, wie viel haben wir verkauft in der Woche? Okay, Schals verkaufen wir ganz gut. Da sollten wir vielleicht nochmal 5000 nachordern. Ja, weil da haben wir schon richtig gut verkauft. Ja, okay. Dann haben wir jetzt immer noch minus 900, 4000. Dann gehen wir jetzt wieder auf Regeneration. Und zwar Spaziergang. Das ist ja, glaube ich, immer ganz gut. Balltechnik, hier machen wir einen kompletten Tag frei. Spaziergang, Spaziergang. Und hier machen wir nochmal... Ab ist... Was nehmen wir denn mal hier so zum... Schwimmen. Ja, so. Da haben wir nochmal relativ viel frei. Und wir wechseln jetzt in ein anderes Trainingslager. Und zwar nach... In den Anden. Genau. In die Anden. Da gibt es dann nochmal Konditionen und Frische, glaube ich. Oder irgendwas war... Nee, Form war ganz gut in den Anden, ne? Weil die Form, hier seht ihr es. Minus, minus, minus. Wir haben ziemlich hart reingeklotzt jetzt letzte Woche. Und dementsprechend müssen wir da natürlich jetzt nochmal wieder versuchen, ein bisschen Frische zurückzubekommen. Gucken, ob wir das so schaffen können. Einzelgespräche. Ja, muss man den Anstoß 3 immer regelmäßig führen. Fanbetreuung habe ich schon. Organisierte Fans 415. Ja, wir werden nochmal ein paar Freikarten verteilen. Ich weiß natürlich nicht, wie viele zum ersten Heimspiel da sein werden. Deswegen gehen wir einfach mal auf 5000 Freikarten, die wir für das erste Heimspiel raushauen. Raushauen, Ausländerbehörde haben wir ja schon abgeschlossen. Wir haben ja in der Tabelle auf Platz 9. Einstelliger Tabellenplatz, ne? Ja, ansonsten... Champions League ist noch wichtig, dass hier keine Fake-Namen stehen im ersten Jahr, weil ansonsten hätten wir ein Problem mit dem Datensatz. Das haben wir an dieser Stelle zum Glück nicht. Super, der Trainer weiß, was er an mir hat. Er freut sich über dieses Lob. Ja, ja. So, unsere Frische im Hintergrund steigt wieder auf über 30. Das ist schon mal gut. Mal gucken, was wir diese Woche erreichen werden. Ja, 34. Die Spieler loben mir. Forms 13 ist richtig gut. So, vorne Transferliste gestrichen. Unser Torwart wird immer noch nicht... Keine Spieler, die wir leihen können. Fesch. Oh! Unser Torwart hat einen Termin. Also da am Montag. Okay, das heißt, wir können natürlich auch nochmal versuchen, einen weiteren Spieler... Wo haben wir denn... Wir haben viel zu viele LM. Also hier können wir nochmal den Stoffels... Alter, wie viele linke Mittelfeldspieler haben wir denn? Was ist denn der Stoffels für einer? Okay, Stoffels weg. Stoffels weg. Dann haben wir noch den Tyson. Ah, der kann ja auch gar nichts. Ne, also Tyson kann auch weg. Dann haben wir DM. Da haben wir drei. Die sollten wir auch behalten. OM. Da haben wir auch drei. Der Bösing. Bösing. Oh Gott, Bösing kann. Ich würde sagen, Bösing haben wir auch nochmal rauf. Auf die Transferliste. Wir brauchen ein bisschen Geld. Also mal gucken. Ah, hier. Form. Sehr gut. Wir haben jetzt Kondition Frische. Müssen wir eben schauen. Wo steht denn das hier? 80,35. Okay. Ja, das ist schon mal ganz gut. Also nochmal würde ich jetzt das nicht so machen. Wir haben jetzt noch zwei Wochen Vorbereitung. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, mit welcher Taktik wir nachher antreten wollen. Ob wir Pressing noch trainieren oder doch eher auf Abseitsfalle. Ne, müssen wir ein bisschen gucken, wie riskant wir das Passspiel machen. Positionstreue bin ich ein Fan von hoch. Ähm, wir machen das mal. Wir schießen aus allen Lagen. Wir spielen über rechts und links. Und, ja, wir gehen natürlich recht rau. Kontrollierte Offensive. Würde ich mal sagen, dass das so unsere Taktik ist. Und jetzt die Frage mit dem Pressing und der Abseitsfalle. Abseitsfalle, inwieweit wir da trainieren werden. Spielverhalten. Ja, da klotzen wir jetzt natürlich richtig rein, was jetzt Abseitsfalle angeht. Abseitsfalle. Ja, da wollen wir mal gucken. Also 20 ist der Maximalwert. Wir werden auch ein bisschen Pressing trainieren. Pressing. Ja, hier machen wir nochmal Spaziergang. Spaziergang. Äh, fremde Positionen nehmen wir raus für Abseitsfalle. Abseitsfalle, Überzahlspiele nehmen wir raus für Abseitsfalle. Trainingsspiele, Überzahlspiele nehmen wir auch raus für Abseitsfalle. Okay. Vier mal Pressing. Einige, also wir hatten jetzt vier Abseitsfalle. Mal gucken, was das Ganze bringt. Weil wir müssen jetzt so langsam, äh, ja, Trophäenhalle wollte ich euch noch zeigen. Natürlich der FC Bayern. Äh, wir müssen irgendwann mit Bayern Euroleague spielen, damit wir hier auch nochmal den Rekord hinkriegen. Ist ja klar. Ja, mal gucken. Also hier ist natürlich noch alles bei Null, weil wir gerade erst anfangen. Da müssen wir diese Woche, genau, wir haben einen, äh, einen Verhandlungstermin. Wir sind immer noch im Trainingslager. Ähm, ich hatte gerade so überlegt, dass wir vielleicht doch das Ganze so machen, dass wir bei Kegel... Ah, der Damani, ne? Also, ah, der als Sechser auf der Bank zu sitzen, rechtes Mittelfeld, könnte der spielen. Aber da haben wir den Rahn. Der könnte noch Stürmer spielen. Ja, Ball halten und Freistoß. Aber wir hätten für Freistöße ja auch den Kusi. Fünfer. Also, ich habe natürlich noch einen Sechser hier, der rechtes Mittelfeld spielen könnte. So. Das macht aktuell natürlich jetzt nicht so wirklich viel Sinn. Aber, ja, einen Sechser auf der Bank zu lassen, der, ah, es ist... Ach, also, wir haben mit Fünfern und Sechfern schon eigentlich ein gutes Team für die dritte Liga. Also, es ist jetzt gar nicht ganz so schlecht. So, da müssen wir natürlich noch ein paar Einzelgespräche wieder führen. Genau, bei Kegel, da wollte ich gleich noch mal was einstellen. So, erst mal machen wir hier schön die ganzen Einzelgespräche, die wir wieder mitnehmen. Völlig klar. Äh, was wollte ich jetzt einstellen? Äh, ne, äh, die ganzen Sachen machen wir später in der Saison. Äh, verdammt, was wollte ich denn? Ach ja, Einzelgespräche für unseren Kegel. Der kriegt als zentraler offensiver Mittelfeldspieler, würde ich mal sagen, Spielmacher. So, das soll der auf jeden Fall noch mal trainieren. Dann unser Stürmer, der kriegt Torinstinkt. Vielleicht kriegen wir das ja in dem ersten Jahr doch noch relativ schnell hin, dass die zumindest das ganz gut trainiert bekommen. Dann machen wir hier... Achso, äh... Wer spielt links? Stoffels, ne? Ne. Kessel? Ich weiß gar nicht mehr... Achso, ja, Alibas, genau. Bei dem machen wir... Was machen wir denn über links? Schusskraft? Mh, nur Schusskraft allein. Flanken. Ach nee, pass auf, wir machen Baran. Machen wir Flanken. Dann hat er nämlich Freistoß, Flanken und auch Ball halten. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber ich würde jetzt nicht alle trainieren, weil, wie gesagt, ich will eigentlich relativ schnell weg wieder von diesem Team. Und gar nicht so ewig lang hier in diesem Verein bleiben, bei diesem Verein bleiben. So, Vereinsführungen haben wir auch schon geguckt. 81% Vorstandsvertrauen. Motivation 103, also so ein bisschen... Ah, so. Okay, die bieten 150.000. Das ist natürlich... 160.000. Oh, 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 oh. Ja, komm, ob wir jetzt schon 5.000 mehr bekommen oder nicht. Wir verkaufen für 165.000. Ja, dann ist der dritte Keeper schon mal weg. Finde ich jetzt gar nicht so verkehrt. Das ist die Champions League Qualifikation. Ajax gewinnt, finde ich richtig gut. Ja, blau markiert sind die Länder, die wir markiert haben. Ne, Haupt- und Nebenländer. Form 6, was ist mit dir denn los, Alter? Junge, Junge. Form 9, persönliches Gespräch. Oh. So, Liga-Pokal. Damals gab es noch Vorrunde, Halbfinale und Finale. Also, das ist ein bisschen älter, dieses Anstoß. Aber kommt dir mit klar, ne? So, also heute spielt immer Bayern Dortmund, glaube ich, gegeneinander heutzutage. Und früher musste man sich halt erst nochmal in der Vorrunde qualifizieren. Dann im Halbfinale kam Meister und Pokalsieger, glaube ich, mit rein. Und dann gab es auch mal ein Finale. So, von der Transferliste gestrichen. Unsere neuen Spieler sind mit drauf. Aber es gibt keine weiteren Spieler. Oder es gibt überhaupt keine Spieler zum Leihen. Teuersten Rekord, äh, den Rekord für den teuersten Verkauf eines Spielers verbessert. Yes. So, wir haben Flanken haben wir schon mal ein bisschen trainiert. Okay, also... Okay, wir haben Pressing ist schon mal hier, ne? Da, das sind wir jetzt. Das ist der Gegner. Und wir haben Pressing schon mal ganz okay. Wir haben eine Kondition von 80 und eine 51er Frische. Ne, äh, Quatsch. 30er Frische. Es ist wenig. Ich weiß. So, wir müssen... Hm, ist im Prinzip egal, was wir anklicken. Wir wollen mal eben gucken, wie sieht es hier bei der Abseitsfalle aus. Wir haben sie auf 6 verbessert. Wie gesagt, 20... Ist Maximum. Und eigentlich würde ich schon gerne zum Start mit Abseitsfalle spielen. Deswegen, wir gehen da jetzt mal brutal vor. Ja. Ne? Anti-Absatzfalle brauchen wir erst einmal nicht. Wir machen einen Tag frei für die Stimmung. So, und dann hauen wir hier so richtig Abseitsfalle rein. Trainingsspiel lassen wir drin. Dann machen wir nochmal Spaziergang. Mal gucken, wo wir jetzt landen. Achso, Pressing. Ah, okay. Wir müssen auch Pressing. Da würde ich gerne dann auch nochmal ein bisschen besser werden. Damit wir dann im ersten Spiel geil sind. Ja. Ja, ist natürlich auch immer wichtig, äh, gut zu starten. So, Mami, Hönig. So. Also Motivation. Okay, die Form ist bei einigen Spielern recht mies. Dazu gerne Tipps in die Kommentare, was man da nochmal besser... ...inieren kann. Ich glaube, ich habe jetzt kein Trainingslager, ne? Ah, verdammt. Ja, kostet ja auch immer Geld, ne? So. Äh, Teil des Vereinsgeländes wurde fertiggestellt. Okay, 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 okay. Das ist halt die Champions-Qualifikation. Die Bayern spielen gegen Arsenal, Standard Lüttich und Dynamo Zagreb. Dortmund ist dabei. Dann haben wir Eindhoven, die blau markiert sind. Ajax ist natürlich auch blau markiert. Ja, das sind so, ne? Unsere markierten Länder. Bayern verliert gegen Gladbach mit 2-1 im Halbfinale. Respekt. Und im Finale spielt Gladbach gegen Dortmund. So, Auslosung-Qualifikation Europa League. Sind wir natürlich als Drittligist nicht mit dabei. Kann man irgendwas leihen? Nein. Wir haben nur noch 1,7 Millionen. Das heißt, wir haben wieder 300.000 irgendwo verloren. Und wir starten jetzt rein. Hier oben rechts sieht man schon 58 zu 61. Also wir sind ja Fortuna Köln auswärts. Das heißt, wir haben einen kleinen Stärkevorteil aktuell. Ja. So, Pressing ist jetzt bei uns hier richtig gut. 77,33. Im Prinzip sollten wir jetzt in der ersten Trainingswoche vielleicht auch nochmal ein kleines Trainingslager Druidenzirkel. Druidenzirkel bringt immer... Wo sieht man das denn noch? War das hier bei Aufgaben im Spiel? Ne. Äh... War das bei der Gegenüberstellung? Irgendwo konnte man das nochmal sehen. Hier. Da, Siegeswille. Druidenzirkel steigt Siegeswille. Wir sind bei 13. 20 ist maximal. Gegner 10 Siegeswille. Also da haben wir einen kleinen Vorteil. Stimmung ist bei uns 11. Konditionen sind wir besser. Frische sind wir ganz klar unterlegen. Deswegen müssen wir... Eingespielt 3,0. Das sieht man auch hier. Auch hier ist der Maximalwert 20. Also wir sind noch überhaupt nicht eingespielt. Und wir müssen jetzt natürlich nochmal so... Ja, Spaß. Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt Spielverhalten... Das ist definitiv immer ganz gut. Und wir werden jetzt nochmal... Ja, wir werden... Ja, wir werden jetzt nochmal... Waldlauf... Machen wir abends nochmal ein bisschen Zirkeltraining. Ja, nochmal Zirkeltraining. So, und dann gehen wir rein. Abseitsfalle, Pressing ist klar. Wir müssen Torschuss trainieren. Dann machen wir direkt Spaziergang. Dann starten wir rein mit Trainingsspielen. Das trainiert auch die Eingespieltheit. Dann nehmen wir Torschuss. Wir schießen aus allen Lagen. Da brauchen wir gut Torschusstraining. Und dann würde ich tatsächlich sagen, machen wir vor unserem Abschlusstraining-Spielchen nochmal einen Spaziergang. Wir fahren vor diesem Spiel in ein Trainingslager am Freitagabend. Wir machen eine Ansprache vorm Spiel. Kann man hier nämlich auch nochmal so ein bisschen einstellen. Flanken. Ja, das dauert natürlich. Das dauert Monate. Das geht halt nicht. In Wochentermine haben wir keine. Ich überlege gerade, können wir irgendwas eintragen? Fanclub könnten wir eintragen. Ja, das Ganze mit den Einzelgesprächen. Wenn man zu zweit spielt, ist das immer ein bisschen nervig mit den Einzelgesprächen, finde ich. Aber ansonsten, ich weiß nicht, wie ihr das spielt oder gespielt habt. Das hat halt immer einen kleinen positiven Effekt. So, und warum haben wir jetzt... Wir haben minus 1,25. Stadion für 1 Gelände. Achso. Kalkulierte Unterhaltskosten für 1 Gelände. Da haben wir jetzt Kosten von 142.000 gehabt. Fanartikel. Achso, da hatten wir auch gut eingekauft hier. Da haben wir noch nicht so viel Gewinn gemacht. Also, wir starten jetzt schon mit minus 1,2 Millionen, obwohl wir einen Spieler verkauft haben. Also, wir werden... Ja, es wird hart. Es wird eine harte Saison, aber das ist ja auch das, was ihr sehen wollt. Würde ich jetzt mal so vermuten, dass wir es schwer haben und nicht so einfach. So, wir haben die Frische nochmal kurz zerstört. Und ich hoffe natürlich, dass die jetzt sich im Restverlauf der Woche wieder gut erholt. 28. 31. Okay. 32. Okay. Wir sind nicht über 40 gekommen. Wir haben... Ja, Siegeswille aber auf 15. Wie gesagt, 20 ist Maximum. Das heißt, wenn wir jetzt nochmal 1,2 Trainingslager im Druiden-Zirkel machen, dann haben wir einen mordsmäßig starken Siegeswillen. Stimmung, freie Tage, Vereinsfeste und so weiter. Kondition ist gut. Frische ist richtig mies bei uns. Da habe ich immer noch nicht so das Feingefühl für. Pressing ist wunderbar. Abseitsfalle ist bei 11. Also wir werden noch nicht mit Abseitsfalle spielen, aber mit Pressing. Weil da sind wir richtig gut. Sondersiegprämie können wir uns leider nicht leisten. Kontrollierte Offensive. Wir spielen... Schießen aus allen Lagen. Da würde ich erstmal sagen, dann gucken wir nochmal, wie wir das Ganze aktuell hier eingestellt haben. Auf Grafikmodus. Normal Reporterkommentar aus. Turniere und Freundschaftsspiele aus. So, dann brauche ich Länderspiele, brauche ich nicht mehr. Rollen in den Computerspieltage auch aus. Spiel an Königin vor dem Spiel lasse ich drin. Transferliste gestrichen, Neuzugänge. Machen wir aus. Bekannte Termine. Ich suche mir das sowieso. Alles selbst raus. Autosave jede Woche. Würde ich euch auch empfehlen, auch ab und zu mal selbst zu speichern. Weil Anschluss 3 stürzt ab und zu mal gerne ab. Mal auch monatelang gar nicht, aber dann hast du mal an einem Tag 3, 4 Abstürze. Weiß nicht, woran es liegt. So, wir gehen rein. Kritik. Als neuer Trainer immer, dieses Spiel ist ein Neuanfang. Ne? Dieses Spiel ist ein Neuanfang. Ein Neuanfang für uns alle. Und das fehlt mir bei Anschluss 2022. Die erwarte 18.000%igen Einsatz. Zu geil. Die Ansprache hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Okay. Jetzt haben wir hier nochmal. Wir sind 62, 58, 3710 Zuschauer. 115 Gästefans haben wir mitgebracht. Oliver Kahn sagt, wir gewinnen 2 zu 0. Und dann schauen wir mal rein. Oh, okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, dass wir hier... Haha. War das eingestellt? Okay. Ja, das ist jetzt... Sieht aus wie FIFA 23. Ich weiß. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wir sind... Moment. Wir sind die roten Punkte oben, ne? Wo sind wir die blauen? Ne, wir sind rot. Wir sind ja auswärts. Wir müssen eigentlich von rechts nach links spielen. So, wir kriegen jetzt den Einwurf. Okay. Das wird jetzt ein bisschen dauern. Deswegen, ich werde hier mal nur die Highlights gleich drin lassen. So. Wow. An die Latte von Cottbus nach Freistoß. Haha. Und dann hält der Keeper das Ding. Okay. Erste gute Möglichkeit für Energie Cottbus. Oh, Energie Cottbus. 16. Spielminute allein aufs Tor. Das ist der Rückstand. 1-0 für Energie Cottbus. Hier die Wiederholung. Oder läuft schon weiter? Ne, das ist tatsächlich die Wiederholung. R oben rechts steht für Replay. Und Wumms. Da ist er drin. Boah. Unser erster Torabschluss der 25. War mehr oder weniger ein bisschen Zufall. Ja, also was hier diese grafische Sonderdarbietung angeht, jetzt sind wir etwas unterlegen. Rausspiel. Das war der erste Freistoß. Oder unser erstes Foul. Und schon wieder. Ja, ja. Wir gehen hier richtig raus zur Sache. Und es gibt Gelb für Marc Brasnitsch. Oh. Das könnte direkt die nächste gelbe Karte geben. Gibt es nicht. 32. Minute Freistoß. Der geht aber gnadenlos daneben. Oh, Flanke. Und. Uiuiui. Das war gar nicht so schlecht. Richtig gute Möglichkeit. Gibt Eckball. 36. Spielminute. Das Ding kommt per Kopf auf den Keeper. Fast der Ausgleich. Für die Fortuna. Wir bleiben dran. Hand. Ich habe da Hand gesehen. Aber es gibt hier nur den Einwurf. Also jetzt zum Ende der zweiten Halbzeit sind wir dran. Fernrufe. Wahnsinn. Mike Kegel. In den 16er. Versucht es selbst. Keeper klärt zum Eckball. Nächster Eckball in der 41. Spielminute. Bei Standardsituationen sind wir richtig gut. Und das ist der Ausgleich für die Fortuna. Schwach angefangen. Aber dann haben wir uns richtig reingebissen in dieses Spiel. Und jetzt steht es 1-1. Kurz vor der Hardzeitpause. Oh, Keeper hält. Da wäre es fast vor der Hardzeit nochmal passiert. Dass wir ein Gegentor bekommen. Nachspielzeit der ersten Halbzeit läuft. Also ich finde es ganz gut, dass es jetzt hier nochmal drin ist. Für die, die Anschluss 3 nicht kannten. So sah es damals aus. Für die nächsten Spieltage werde ich es ausstellen. Da werden wir dann nur die Ergebnisse bekommen. Und das reicht für unsere Zwecke auch. 49. Minute Halbzeit. Dann haben wir hier in der Halbzeit eingespielt. 3,3. Da konnten wir uns auch nochmal ein bisschen verbessern. Die Möglichkeit auf ein Einzelgespräch. Das geht immer nur bei einem Spieler. Ich nehme immer einen, der besonders schlecht ist. Oder der, der am besten war. Spieler loben. Und die gesamte Mannschaft, da würde ich jetzt sagen, konzentriert weiter so. Jetzt vielleicht nochmal Fortuna Köln. Gibt den Freistoß und gibt Rot nach Grätsche von hinten in die Beine für NRG Cottbus. Ja, bitte Spieler einwechseln. Oh, Alibas hat sich verletzt. Okay, zum Glück haben wir noch einen guten linken Mittelfeldspieler am Start. Und wieder Gelb für Kevin Weidlich bei NRG Cottbus. Ja, die haben wohl auch auf graue Spielweise umgestellt jetzt in der Halbzeit. Schießt er den direkt? Nee, den spielt er. Oh, kommen wir zu einer Torschance. Ja, da setzt er sich gut durch. Und dann der Abschluss zu harmlos. 63. Spielminute. Eine Viertelstunde vor Schluss kommen wir nochmal in der Abwehr an den Ball. Kontrollierte Offensive. So sieht das aus. Und jetzt der Pass in die Spitze. Ah, da dachte ich schon, da ist er ganz alleine. Da versucht er es im Dribbling. Aber dann verliert er da leider den Ball noch 13 Minuten. Im Prinzip ein schöner Seitenwechsel da auf den linken Flügel. Kommen wir da nochmal zu einer Flanke. Kommen wir da zu einem Kopfball. Leider ein bisschen harmlos. Wir setzen gut nach. Aber ich glaube, jetzt kommt uns auch unsere schlechte Frische ein bisschen entgegen. Also nicht entgegen, sondern rächt sich gerade, dass die Frische nicht so hoch ist. Nochmal die Flanke. Ah, die war nicht gut. Also wir sind offensiv wenig Präsenz. Es sind noch knapp drei Minuten. Vielleicht jetzt nochmal. Kontrolliert natürlich. Ja, der Pass schön. Schießt. Er schießt. Auf den Keeper der Held. Schade, das wäre es gewesen. Jetzt läuft die 90. Minute. Spielstand in der 90. Mal gucken, wie lange der Schiedsrichter nachspielen lässt. Ob wir nochmal eine Torchance bekommen. Nein, das war es. 1 zu 1 in unserem ersten Spiel. 90.000 Einnahmen für NRG Cottbus bei 3.710 Zuschauern. Das ist doch schon mal ganz nice. Ja, unsere Spieler waren... Es war solide. Also, ja, würde ich jetzt... Ich habe auf jeden Fall nichts wirkliches zu meckern. Wir hätten gerne ein Tor mehr erzielen können. Einstelliger Tabellenplatz. So in etwa. Jetzt spielen wir gegen Viktoria Köln. Also, jetzt haben wir ein Derby. Vorverkauf bisher 2.190. Ja, wir sind auch hier wieder das etwas stärkere Team. Allerdings hatte ich mir überlegt, wir machen jetzt nochmal ein Trainingslager. Und zwar natürlich Druiden Circle. Wir brauchen nochmal ein bisschen mehr Siegeswille. Wie sieht es aus? Abseitsfalle 11. Das wird uns da taktisch nochmal ein bisschen annähern. Wir brauchen natürlich... Ah... Abseitsfalle, ne? Abseitsfalle. Ja, ein bisschen eintönig. Deswegen... Pressing ist gerade ganz gut. Trainingsspiel. Nochmal Abseitsfalle. Machen wir mal einen Tag frei am Mittwoch. Das können wir uns hier in der 3. Liga definitiv leisten. Mittwochs einfach mal nicht zu trainieren. Spaziergänge machen wir. Dann wird da wieder das Spiel. Wir trainieren nochmal Torschuss am Freitagabend. Ja. So, wie sieht es hier aus? Nicht ganz so toll. Medizinische Abteilung. Da haben wir gleich 2, die wir besuchen können. Ei, ei, ei. Kreuzbandriss beim Torwart. Der ist richtig lang verletzt. 101 Tage. Ei, 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 ei. Okay. In der Jugend haben wir ja schon 2 Vorverträge abgeschlossen. Und wir müssen mal eben schauen, wie sieht es finanziell aus? Na, ist natürlich immer noch krass. Äh, Zuschauer. Wir haben... Äh, wo sehen wir denn nochmal unsere... Genau. Kartenvorverkauf bisher Schnitt 920. Wie groß war unser Stadion? Wo sieht man das denn nochmal? War das hier? Da. 14.944. Okay. Okay. Also... 2.000 Vorverkauf. 10.000 hätte ich ja schon gerne im Stadion. Wir haben ja schon... 5.000 Freikarten verteilt. Das müssen wir gleich beachten. Mal gucken. Ansonsten würde ich natürlich gerne die Eintrittspreise ein bisschen anpassen. Wir schauen vielleicht im ersten Heimspiel eine Sondersiegprämie von 1.000. Ich glaube, das können wir definitiv machen. Dann müssen wir natürlich hier wieder ein paar Gespräche führen. Auch mal mit denen, die sonst eher ein bisschen zu kurz kommen. Hier die Außenverteidiger. Kapitän Flottmann. Kegel. Auch ganz gut nehmen wir mit. Wie sieht es hier aus? Flanken läuft. Dann können wir nämlich auch mal mit Flanken spielen, wenn wir da einen richtig guten Flankenmann haben. Ja. Machen wir das bei denen auch nochmal. Machen wir das als taktische Maßnahme, dass wir auch mal mit Flanken spielen können. Trainieren wir das am besten. Platz ist optimal. Ja, da würde ich sagen, haben wir auch gar nicht mehr so viel zu tun. Wir fahren nochmal ins Trainingslager. Wir haben Siegeswille 15. Unsere Frische ist echt mies. Unsere Frische ist echt mies. Also da. Ja. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Wir müssen Mittwoch bis Freitag müssen wir uns auch regenerieren. So. Er findet es toll, dass sie sich um die verletzten Spieler kümmern. Finde ich natürlich auch super. Persönlich. Das Gespräch. Champions League Gruppenphase. Oh, ich muss das Spiel umstellen. Muss ich gleich ganz dringend dran denken. So, die Frische ist nochmal wieder gestiegen. Aber wir kriegen sie wieder nicht über 40. So. Achso, Grafikmodus. So, ich hätte natürlich Spieldarstellung aus. Ne. Brauche ich nicht. Falls ihr das unbedingt haben wollt, schreibt es mir gerne in die Kommentare, dass ihr da vielleicht die ein oder andere Option hättet. Wir haben 18 Siegeswille. Haben wir gut hochbekommen. Dafür ist Frische richtig mies bei uns. Kondition sind wir besser. Stimmung ist bei uns nicht ganz so gut wie beim Gegner. Aber bei uns auch okay. Eingespieltheit 3,8. Ja. Das könnte man natürlich auch exzessiv trainieren. Wir haben 12 Abseitsfalle. Ich weiß nicht, ab wann ich Abseitsfalle spielen soll. Ab 15. Also 20 ist wie gesagt Maximalwert. Naja. Wir werden die Taktik nicht umstellen. Wir machen nochmal Gegner-Info. So, ne. Wir machen die Spielankündigung. 61,57. Das ist definitiv gleichwertig. Heute erwarte ich höchste Konzentration. Wir haben es mit einem gleichwertigen Gegner zu tun. Ja. Das stimmt definitiv. Sie blicken in Gesichter, die bereit sind alles zu geben. So habe ich mir das vorgestellt. Zuschauerzahl ausverkauft. Hä? 12.000? Wir spielen doch jetzt Fortuna. Hä? Hatten wir nicht 14.000? Irgendwas stimmt doch da nicht. So. Der Experten-Tipp von Franzl. Der sagt, wir verlieren. Franz Beckenbauer. Der alte Blödsack. So. Halbzeit. Wir sind direkt in der Halbzeit jetzt. Wir liegen wieder 0-1 zurück. Äh. Einzelgespräch. Naja. Wenn wir zurückliegen, Spieler loben. Also es sieht ja gar nicht schlecht aus, ne. Wir müssen vielleicht die Spieler aufwecken. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Okay. Also ich weiß nicht, ob das jetzt eine positive Reaktion bei ihm ist. Auf jeden Fall. Den Rückhalt. So. Wir machen so ein bisschen Spieler antreiben. Wir wollen das Ding gewinnen. Ihr müsst viel aggressiver spielen. Komm schon. Und am Ende wieder ein 1-1. Und wir kriegen 190.000. Achso. Das war das Derby. Ah. Okay. Bezahlte Prämien 12.000 bei uns. 12.350. Einnahmen war richtig gut. Ja. Okay. Immerhin noch nicht verloren. Und hoffentlich hatten wir dann auch starke Gegner bisher. Das ist natürlich auch nochmal so nicht gerade unwichtig. Wir spielen jetzt gegen Preußen Münster. Da sind wir das erste Mal vor dem Spiel. Ablisse. Schwächer bei den Mannschaftsstärken. Okay. Pudelnmütze. Werbeagentur. Nee. Hölle ich nicht. So. Ja. Frische. Das ist so das Ding. Abseitsfalle. Und Siegeswille 18. Immerhin ist unsere Stimmung besser. Wir werden auch diese Woche jetzt mal was für die Stimmung tun. Wir machen Mittwoch ein Vereinsfest. Das heißt Mittwoch machen wir auch trainingsfrei. Wir trainieren mal Spritzigkeit. Wir lassen diese Woche mal die Finger von der Abseitsfalle. Habe ich mir so überlegt. Vertrauen und Vorstand 81%. Mittelfeldplatz haben wir ja eh ausgehandelt. Da stehen wir auch aktuell mit zwei Siegen. So. Finanziell haben. Ai, 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 ai. Minus 1,148 Millionen. Aber wir haben immerhin. Ja. Ich hatte gerade überlegt. Wir hatten ja jetzt. Wir hatten noch das Derby. Verkaufte Karten. Äh. Achso. Das ist hier nicht mehr drin. Wolfsburg 2. Nee. Hä? Achso. Das ist. Wir haben jetzt ein Auswärtsspiel. Ne? So. In der schwarzen Kasse haben wir aktuell. 19.000. Können wir hier schon. Äh. Gegner Preußen Münster bestechen. Ich weiß nicht, ob das. Ja. Gegnerischen Spieler. Achso. Jetzt können wir auch aus dem Gegnerteam einen Spieler bestechen. Müssten wir nochmal gucken, wer ist denn da Torwart. Aber ich weiß nicht, ob 19.000 reicht, um jetzt einen Spieler zu bestechen. Schiedsrichter bestechen können wir hier auch. Wollen wir das? Noch nicht. Wir können uns das Geld auch selbst einstecken. Und würden wir hier mit mehreren Spielern spielen, könnten wir hier sogar einen Anschlag für üben. Theoretisch. So. Ein Spiel würde ich noch mitnehmen. Und genau. Wir haben jetzt das Vereinsfest. Was können wir sonst noch machen? Äh. Krisensitzung. Fanclubtreffen. Tag der offenen Tür. Fanclubtreffen mache ich jetzt mal am Montag nochmal zusätzlich. Ich glaube nicht, dass die Fans schon großartig was zum Meckern haben. Nein, ich habe die Einzelgespräche vergessen. Okay. An meinem, an meiner Person wird Kritik laut, die Personalpolitik sei wirklich das Letzte. Ich habe kein Geld, um einzukaufen. Jugendarbeit wird sehr gelobt. Okay. Meldefrist für den Europapokal ist abgelaufen. Ihr Spieler Oliver Schröder wurde gestern Nacht festgenommen, weil er betrunken auf dem Marktplatz in den Springbrunnen gepinkelt hat. Fährder musste die Polizei Ruhestörung und Widerstand gegen die Staatsgewalt vermerken. Oh Gott. Ja. Ne, ich brauche ihn. Gibt 10.000 Euro Strafe. Deswegen kein Spielsperre. Mannschaft 2-1-1. Wir hatten 12 Stimmung. Schauen wir gleich nochmal nach. Auslösung Runde 2. DFB-Pokal sind gar nicht erst dabei. So. Ah, die Frische. Frische ist echt mies. Stimmung 18. Äh, Stimmung 15. Siegeswille 15. Siegeswille 18. Stimmung 15. Kondition 72. Frische 24. Alter. Wieso habe ich da gerade so Probleme? Abseitsfalle ist bei 11. Ist wieder ein Punkt gefallen. Ah. Okay. Immerhin ist das Pressing gut. Das heißt, wir lassen Pressing weiterhin an. Ähm. Wir versuchen. Ah. Wir versuchen es nochmal mit 1000 Siegesprämie. Ja. Schauen wir mal. So. Nochmal eine Spielankündigung. Wir spielen gegen ein 62er Team. Ähm. Von der Taktik her. Mit dieser Taktik könnt ihr sie schlagen. Könnt ihr sie schlagen. Aber passt auf. Diese Ansprache haben ihre Spieler verstanden. Und wir gehen rein. Und wir führen mal 1-0. Oh. Eingespielt. 4,6 hatten wir gerade. So. Wir haben hier Johannes Rahn. Mein alter Freund. Spieler loben. Er will in der zweiten Halbzeit noch besser werden. Jawohl. So stelle ich mir das vor. Deswegen mache ich mal Spieler loben. Das ist eine Tadellose Leistung. Wirklich. Ähm. Dann los. Ich kann das mitspringen. Nein. Wir verlieren noch 2-1. Das ist doch nicht zu fassen. Ah. Woran hat es gelegen? Ja. Er ist in der zweiten Halbzeit nicht besser geworden. Aber Uafero ist besser geworden. Der hat das Spiel noch aus der Hand gegeben. Habe ich mich wahrscheinlich vercoacht. Wir sind hoch auf einem Abstiegsplatz. Alter Falter. Okay. Und jetzt haben wir VfL Wolfsburg 2. 802 Karten sind vorverkauft. Okay. Wir stolpern in eine Krise. Mehr in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ist das auch wie immer. Ciao. Tschüss. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.